Ich habe unlängst Arrival gesehen und ich glaube, ich muss niemandem erzählen, wie viele Denkansätze dieser Film liefert. Es ist einfach unglaublich. Und ich habe mich im Zuge dessen jetzt ein bisschen mit dem Thema Sprache auseinandergesetzt. Ich werde hier keine wissenschaftliche Abhandlung machen, das möchte ich mal gleich klarstellen. Also es können Denkfehler in dem sein, was ich hier erzähle, aber darum geht es eigentlich auch gar nicht. Es geht darum zu zeigen, dass man sich mit solchen Sachen auch mal beschäftigen kann und einfach ein bisschen dazu lesen kann und selber so ein bisschen überlegen kann, in welcher Form trifft das auf mein eigenes Leben zu. Weil ich habe mich jetzt im Zuge dessen, habe ich mal ein bisschen mich reingelesen in diese Sapir-Wurf-Theorie, die da im Film auch erwähnt wird, wonach die Sprache, mit der man im Grunde, ich sage jetzt mal, mit der man aufwächst, also wirklich die Muttersprache, dass die im Grunde bestimmt, wie man die Welt wahrnimmt und ja, wie die Denkprozesse sind. Und ich habe im Zuge dessen auch gelesen, dass diese, nennen wir es Theorie, Hypothese, was auch immer, dass die relativ umstritten ist, dass sie eigentlich als mehr oder weniger widerlegt gilt. Aber ich fand einige Ansätze daran gar nicht mal so dumm. Ich meine, das offensichtlichste Beispiel sind die Inuit mit ihren unglaublich vielen Wörtern für verschiedene Arten von Schnee. Okay, wir als Europäer, wir würden diese Unterschiede im Schnee gar nicht sehen, einfach weil wir keine Wörter dafür haben, weil wir nicht damit aufgewachsen sind. Und ich denke, das ist ein sehr einsichtiges Beispiel. Und dann zu sagen, okay, das stimmt nicht, halte ich für ein bisschen vor Früht. Und in dem Zusammenhang wird halt auch immer wieder gesagt, dass eigentlich dann, wenn man es wirklich streng nimmt, fremdsprachige Texte unübersetzbar sind, grundsätzlich. Und natürlich kann man das so nicht sagen, man kann sie ja übersetzen. Ich meine, das ist ein Fakt, Texte werden übersetzt. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es doch immer wieder so diverse Brüche. Also ich weiß es halt vom Seriengucken, da ich mittlerweile sehr viele Serien auch auf Englisch schaue, im Original eben, dass es da immer wieder so auch Wortwitz gibt, den man im Deutschen einfach nicht wiedergeben kann. Weil einfach nicht nur das Wort nicht in dem Sinne existiert, sondern weil diese ganze Idee hinter dem Wort im Deutschen nicht funktioniert. Und dasselbe trifft ja auch auf Redewendungen, auf Sprichwörter zu. Es gibt sehr viele unterschiedliche Sprichwörter in den Sprachen, die dieselbe Aussage haben, aber eben mit anderen Wörtern operieren, weil sie einfach auf die Lebensrealität in dem jeweiligen Land bezogen sind. Und das ist dann doch irgendwo so, wo man sagt, okay, das ist unübersetzbar. Ich schaue ja nur sehr viele Serien im englischen Original und den Moment, wo ich aber diese Sprache so weit gelernt hatte, dass ich sie verinnerlicht habe, den kann ich natürlich nicht festpinnen. Aber in der Schule war es halt wirklich so, dass ich Wort für Wort übersetzt habe im Kopf. Und deswegen war ich in Englisch auch wirklich nicht besonders gut in der Schule. Gut geworden bin ich erst nach der Schule, als ich mich privat einfach damit beschäftigt habe, indem ich im Internet Newsseiten auf Englisch gelesen habe, weil die einfach, also jetzt speziell auf Filme bezogen oder auf Serien, weil die einfach aktueller waren als die Deutschen. Und deswegen habe ich angefangen, da zu lesen, weil es mich interessiert hat. Und weil ich dann eben auch dazu übergegangen bin, englische Serien zu schauen. Und der Punkt ist einfach der, ich bin jetzt so weit, dass ich, wenn ich eine Serie auf Englisch schaue, nicht mehr merke, dass ich sie auf Englisch schaue. Also es ist so, ich nehme das nicht mehr wahr als eine andere Sprache, als meine Muttersprache. Und das liegt eben wirklich daran, dass ich mittlerweile nicht mehr Wort für Wort übersetze, sondern fast schon dann in dem Moment auch auf Englisch denke. Also ich nehme es nur noch auf und verstehe es einfach, ohne es übersetzen zu müssen, ohne diesen Zwischenschritt zu haben. Und das ist, glaube ich, auch das, was im Film thematisiert wird, wenn sie eben diese Sprache der Aliens so weit lernen, dass sie das Denken verändert. Weil sie dann eben anfangen, in dieser Sprache zu denken. Und ja, also ich kann das aus eigener Erfahrung so berichten, das ist so. Ich denke auf Englisch, wenn ich auf Englisch Serien schaue. Und ich finde es zum Teil auch unglaublich schwer. Ich mache ja, ich schreibe ja Reviews. Und habe deswegen natürlich immer einen Notizblock dabei, wenn ich so eine Serie schaue. Und ich finde es teilweise unglaublich schwer, wenn ich sie auf Englisch schaue, meine Notizen auf Deutsch zu machen. Also mir passiert es oft dann so, dass ich zwischendurch mal plötzlich in Englisch übergehe, weil ich einfach diesen Denkprozess gar nicht habe in dem Moment. Und das einfach nur so, wie es kommt, dann einfach rein, runterschreibe. Und das finde ich unheimlich faszinierend. Ich bin dann, während ich mich damit beschäftigt habe, von irgendeinem Blog dann auch auf den Podcast Radio Lab gestoßen. Also der wurde mir da empfohlen. Und zwar eine Folge namens Colors. Und die werde ich euch unten mal in der Infobox verlinken, weil die ist wirklich auch für sich stehend unglaublich spannend. Aber eben generell den Podcast möchte ich empfehlen. Das ist zurzeit mein Lieblings-Podcast. Also ich habe gerade erst angefangen, aber es ist so eine Art Wissenschaftspodcast, der aber auf amusante Weise und so anekdotenhafte Weise eigentlich so die Thematiken erklärt. Also ich habe, wie gesagt, den mit Colors schon mir angehört und ich habe mir Space und Sleep angehört, wo es einfach darum geht, warum wir schlafen und was eigentlich im Hirn passiert, wenn wir träumen. Unglaublich spannend alles. Und das Interessante an diesem Podcast über Farben ist einfach, da gab es einen Wissenschaftler, fragt mich jetzt nicht nach dem Namen, aber der hat sich mit der Ilias von Homer beschäftigt und dabei festgestellt, dass er sehr, sehr seltsame Umschreibungen für Farben verwendet. Davon abgesehen, hat er dann auch angefangen mal zu zählen, welche Farben denn am häufigsten erwähnt werden. Und das Besondere daran ist, schwarz wird sehr, sehr oft verwendet und weiß auch, rot dann schon wieder ein Stück weit weniger und die anderen Farben noch weniger und was gar nicht erwähnt wird, ist blau. Und später haben sich dann andere Wissenschaftler auch noch eben mit anderen Texten beschäftigt und haben festgestellt, dass blau tatsächlich teilweise gar nicht auftaucht in Texten. Also sehr, sehr lange Zeit, als ob die Menschen irgendwie blau nicht kannten. Man muss sich einfach klar machen, dass es natürlich mit der Lebensrealität auch zusammenhängt. Klar, es gibt sehr viele rote Sachen in der Natur und deswegen entwickelt man ein Wort dafür. Aber blau, überlegt mal, wie viele blaue, natürliche Sachen gibt es. Es gibt keine blauen Tiere, es gibt kaum blaue Pflanzen. Wo sollte das Wort herkommen? Und es gibt dann auch, also es gab dann noch eine Anekdote in dem Podcast, wo einer, ich weiß gar nicht, ob das so ein Moderator einfach nur davon war, der quasi ein Experiment mit seiner kleinen Tochter durchgeführt hat, wonach er ihr zwar die Farben beigebracht hat, wirklich so, dass sie am Ende sagen konnte, ganz sicher, das ist rot, das ist blau, das ist grün, aber er hat ihr nie gesagt, dass der Himmel blau ist. Und hat dann wirklich später mal, ist er mit ihr spazieren gewesen, hat immer gefragt, ja, welche Farbe ist das, welche Farbe ist das? Und dann hat er einen Himmel gezeigt und gefragt, welche Farbe ist das? Und das Mädchen hat nicht geantwortet, weil sie einfach irritiert war, dass er in die Luft zeigt. Die Luft hat keine Farbe. Und wir würden denken, der Himmel ist die eine Farbe in der Natur, die wir als blau erkennen. Aber es ist nicht blau. Also es hat anscheinend sehr, sehr lange gedauert, bis dieses Mädchen dann irgendwann dazu überging, immerhin zu sagen, der Himmel wäre weiß. Und dann eben dazu überzugehen, der Himmel ist blau. Deswegen, also Wahrnehmung und Sprache ist unheimlich eng miteinander verknüpft und das finde ich unheimlich spannend. Und das ist was, was ich auf jeden Fall weiterverfolgen möchte. Und wenn ihr da Anregungen habt oder irgendwelche neuen Podcasts oder Texte dazu kennt, schreibt mir die in die Kommentare, weil mich das wirklich unheimlich interessiert. Und das ist wirklich nur ein Aspekt von Arrival. Also es gibt wirklich so viel mehr, was man zu diesem Film sagen könnte, darüber man reden könnte. Und insofern bleibt dran, was noch kommt.